Ich glaube, die Medizinuniversität Linz, Oberösterreich ist eines der Zukunftsprojekte für Oberösterreich. Wir brauchen diese Medizin-Uni. Wir haben ein Problem in der Demografie, in der Ärzteschaft selbst. Wir werden immer älter, gemeinsam älter. Wir werden in ca. 15 bis 16 Jahren einen Pensionsüberhang haben und der muss durch junge Kolleginnen und Kollegen ersetzt werden. Hier haben wir derzeit zu wenig in Ausbildung, aber es happert natürlich auch an den Studienplätzen, die dann die entsprechenden Kolleginnen und Kollegen ausbilden. Und hier ist Oberösterreich, ist Linz sicherlich ein sehr optimaler Standpunkt, hier eine Medizin-Uni zu installieren. Und ich weiß, dass Herr Landeshauptmann Bühringer fest hinter dieser Idee steht, dass er ein Vorantreiber dieser Idee ist, vor allem im Bund gegenüber dem Minister Hahn und allen anderen Ministern, dass er sich hier hoffentlich, und ich bin mir sogar ganz sicher, in Zukunft durchsetzen wird. Das war's visual. Das war's visual. Untertitelung des ZDF, 2020